So, bevor wir anfangen, muss ich mal wieder einen Schluck trinken. Ihr fragt euch, was das ist? Es ist Tomatensaft. Könntet ihr euch vorstellen, dass das Blut ist? Sogar Blut von Kameraden, die gerade eben erst im Kampf gestorben sind? Boah, nein, das ist unvorstellbar, da schüttelt es einen. Aber genau das kommt im zweiten Teil des Nibelungenlieds vor, den ich euch jetzt zuerst erzählen möchte. Erinnern wir uns an den ersten Teil. Am Schluss ermordete der finstere Hagen Siegfried Hinterrücks an einer Quelle. Es war die Rache für eine Demütigung, die Siegfried und seine Frau Grimhild, der Königin Brunnhild, zugefügt haben. Hagen hat den berühmten Nibelungenschatz, den Grimhild eigentlich benutzen wollte, um damit praktisch Mörder für Hagen anzuheuern, den hat er gestohlen und im Rhein versenkt. 13 Jahre lang trauert nun Grimhild am Wormser Hof um ihren verstorbenen Gatten. Und sie schmiedet einen Racheplan, aber er will noch nicht so richtig gelingen. Dann aber kommt Rüdiger von Bechelahn an den Hof und wirbt im Auftrag keines Geringeren als des Hundenkönigs Etzel, also der historische Attila, um Grimhild. Grimhild nimmt die Werbung sehr gerne an und nur Hagen ahnt die Gefahr, die dadurch entsteht. Denn nun hat Grimhild natürlich mit Etzel einen mächtigen Ehemann, der ihre Rachepläne vollenden könnte. Aber noch herrscht Frieden und es vergehen weitere 13 Jahre, in denen Grimhild ihrem Ehemann einen Sohn schenkt namens Ortlieb. Nach diesen zweiten 13 Jahren schafft sie es dann, ihren Mann dazu zu bringen, die Burgunder an den Hof einzuladen, an den Hof Königs Etzels in Österreich-Ungarn. Genau weiß man es nicht, wo der gelegen hat. Die Burgunder ahnen die Gefahr, aber sie nehmen die Einladung an. Und sie ziehen mit 1000 Rittern und 9000 Knechten an den Etzelshof. Übrigens, jetzt werden sie nicht mehr Burgunder genannt, sondern Nibelungen, so jedenfalls im Text. Ich nenne sie jetzt einfach der Einfachheit halber weiter, die Burgunder. Als sie am Hof ankommen, spürt man sofort die Spannungen zwischen den Gruppen, die Nibelungen auf der einen Seite oder Burgunder und auf der anderen Seite die Hunden. Dietrich von Bern warnt die Burgunder vor der Gefahr, die auf sie wartet. Dietrich von Bern? Ja, das ist auch einer der bekanntesten Helden der germanischen Sagenwelt. Dietrich von Bern? Nein, hat nichts mit der Schweiz zu tun. Dahinter verbirgt sich der Ostgrotenkönig Theoderich der Große. Auf jeden Fall war Dietrich von Bern dem Publikum bekannt und konnte hier einfach nebenbei genannt werden. Man wusste sofort, um welchen Helden es sich dabei handelt. Wie gesagt, Dietrich warnt die Burgunder, die schlagen die Warnungen allerdings in den Wind. Und es kommt, wie es kommen muss. Griemhild lässt den Tross der Burgunder überfallen, während die Ritter beim gemeinsamen Abendessen in der Festhalle sitzen. Sofort springt Hagen auf und schlägt dem kleinen Ortlieb, ihr erinnert euch, das ist der Sohn von Griemhild und Etzel, dem kleinen Ortlieb also schlägt er den Kopf ab. Jetzt greifen die Burgunder natürlich zu den Waffen und es gibt ein richtiges Blutbad. Brutale Kämpfe finden statt. Viele Helden sterben und die Burgunder warten irgendwann kniehoch im Blut der Gefallenen. Griemhild setzt noch einen drauf. Sie lässt nämlich jetzt Feuer legen und will die ganze Halle abfackeln. In Hitze und Qual leiden die Burgunder da drin. Und sie haben Durst. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Sie löschen ihren Durst mit dem Blut der Gefallenen. Am Ende bleiben nur noch vier Ritter übrig, nämlich Hagen und Gunther auf der Seite der Burgunden und bei den Hunnen Dietrich von Bern und Hildebrandt. Auch ein bekannter Sagenheld, den wir aus dem alt-deutschen Hildebrandts Lied kennen. Dietrich überwindet Hagen und Gunther und übergibt sie Griemhild. In der Hoffnung, sie möge eine friedliche Lösung finden. Doch daran denkt sie überhaupt nicht. Sie fordert Hagen auf, ihr den Ort zu nennen, wo er den Nibelungenschatz im Rhein versenkt hat. Doch daran denkt er nun wieder nicht. Er sagt, solange noch einer von ihnen am Leben ist, wird er diesen Ort niemals verraten. Daraufhin lässt Griemhild Gunther ihrem Bruder den Kopf abschlagen. Jetzt verhöhnt sie Hagen erst recht, indem er sagt, nur noch Gott und ich wissen, wo der Hort versteckt ist. Griemhild nimmt sich Siegfrieds Schwert und schlägt nun Hagen den Kopf ab. Aber damit sind wir noch nicht fertig. Es rollt noch ein Kopf. Denn Hildebrandt springt nun auf und er schlägt Griemhild. Tja, und am Ende, da stehen Dietrich von Bern und Hildebrandt weinend vor den Trümmern einer ganzen Dynastie, des ganzen Volkes, nämlich der Burgunder, und es ist ein unsagbares Leid, das entsteht. Und der Erzähler fasst es in die Worte, das ist der Nibelungennot. Damit ist der zweite Teil und die ganze Geschichte zu Ende. Über die Hintergründe und die Bedeutung des Nibelungennies kann man viel sagen, und es ist auch schon sehr, sehr viel gesagt worden. Die Bücher darüber füllen ganze Bibliotheken. Hier ein paar wichtige Stichworte. Zunächst die Frage, warum kennen wir eigentlich den Dichter nicht mit Namen? Denn bei anderen Texten der Zeit um 1200, da wissen wir, es war ein Hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg oder Wolfram von Eschenbach. Beim Nibelungenlied liegt es daran, dass die Stoffe aus einer mündlichen Erzähltradition kommen. Und zur mündlichen Erzähltradition gehört, dass die Dichter hinter ihrem Stoff, hinter ihrem Text zurücktreten und ihren Namen nicht nennen. Der uns unbekannte Dichter des Nibelungenliedes hat sich daran gehalten, aber er hat andererseits ein Gesellschaftsbild des höfischen Romans entwickelt. Das heißt, die Helden benehmen sich mehr oder weniger wie höfische Helden. Das geht bis hinein in die Beschreibung der Kleidung. Das sind natürlich keine germanischen Gewänder, die sie tragen, sondern die höfische Kleidung der Zeit um 1200. Die Figur des Siegfrieds ist sehr oft interpretiert worden. Zu der Frage, wer vielleicht das historische Vorbild war, dazu kommen wir noch. Zunächst zu seinem Charakter. Er ist eben kein edler höfischer Held wie ein Iwain oder ein Erik, sondern er hat durchaus negative Züge. Denn bei seinem ersten Besuch in Worms, da fordert er Gunther zum Zweikampf, wer, wem das Land dann letztendlich gehören soll. Und das ist doch ein negativer Charakter dazu. Passt nicht zum höfischen Ritter. Und somit stehen sich auch zwei Systeme gegenüber. Einmal das archaische Gesetz des Stärkeren, das germanische Gesetz, das von Siegfried praktisch personifiziert wird. Und auf der anderen Seite eine modernere Rechtsordnung der Burgunden. Aber auch die Burgunden und die Könige dort können nicht richtig angemessen herrschen. Sie brauchen auch Intrigen und sie brauchen Treuebrüche, um zum Ziel zu kommen. Und am Ende, ja, da verwandeln sich die höfischen Burgunden in archaische und gewalttätige Nibelungen. Und die Kernbotschaft, die der Dichter seinen Zuhörern gegeben hat, ist, dass die höfische Welt, so wie sie sich hier darstellt, so wie die Figuren sich verhalten, diese höfische Welt, die scheitert. Und ja, das ist die Kernbotschaft. Die Frage nach den historischen Hintergründen der Figuren und der Handlungen hat schon ganze Generationen von Historikern, Medievisten und auch Hobbyhistorikern beschäftigt. Und einiges weiß man heute tatsächlich. Man weiß, dass es zu Beginn des 5. Jahrhunderts ein Reich der Burgunden am Rhein gegeben hat, mit der Hauptstadt Worms. Und es gab einen König Gundahari, der sein Volk immer wieder zu Raubzügen ins römische Reich geführt hat, was den Römern selbstverständlich nicht gefallen hat. Sie haben sich gewehrt und im Jahr 436 wurden die Burgunder vernichtend geschlagen. Der römische Feldherr Aetius hatte dabei hunnische Hilfstruppen ins Feld geführt. Und das könnte der Hintergrund für die Sage vom Untergang der Nibelungen durch die Hunden sein. Auch von König Attila, also Ätzel im Nibelungenlied, weiß man, dass er 453 gestorben ist. Und zwar in der Hochzeitsnacht mit einer Germanin, der Germanin Hildiko. Er ist ja in einem Blutsturz gestorben. Am wichtigsten aber ist die Frage nach Siegfried. Wer war das denn eigentlich? Viele Historiker sehen Arminius als Vorbild für Siegfried. Arminius, klingelt da was? Das war der Chiruskerfürst, der im Jahr 9 nach Christus den römischen Feldherr Varus und seine Legionen vernichtend geschlagen hat. Bei Kalkriese war das. Ihr seht ja Bilder des vermeintlichen Schlachtfelds. Und der Kampf mit dem Drachen? Ja gut, dazu muss man wissen, dass die Römer eine ganz gewisse Marschordnung hatten, wenn sie auf einem Feldzug waren. Aber diese Marschordnung, die kannte Arminius natürlich, denn er war römischer Offizier. Und er wusste, er kann mit seinen Germanen die Römer nur schlagen, wenn er diese kompakte Schlachtordnung auflöst. Deswegen hat er sie in die Wälder geführt, wo sie praktisch nur noch zu zweit nebeneinander laufen konnten. Und so entstand eine ganz lange Schlange, eine Art Lindwurm römischer Soldaten, der sich durch den Wald geschlängelt hat. Das könnte ein Vorbild für den Drachenkampf sein. Noch spannender ist die Frage, wo war denn die Bequelle, an der Siegfried von Hagenhinterungs ermordet wurde. Es gibt mindestens acht Orte im Odenwald, die von sich behaupten, wir haben die Originalquelle. Hier zum Beispiel ein Foto des Lindelbrunnen in Mossautal. Aber wo das tatsächlich war, keiner wird es jemals herausfinden können. Und der Hort, der Schatz, liegt der noch irgendwo im Rhein? Können wir vielleicht mit ganz, ganz viel Glück an die richtige Stelle tauchen? Auch das ist eher unwahrscheinlich, denn der Rhein hat natürlich im Laufe der Jahrhunderte seine Richtung geändert. Sein Flussbett hat sich verschoben. Also dort, wo der Rhein heute fließt, da floss er eben zur Germanen, zur Völkerwanderungszeit noch nicht. Aber das ist auch alles nur eine Sage. Es gab nie einen Nibelungenschatz. Aber was es natürlich gab, war auf der einen Seite Gold, das man im Rhein gefunden hat, aus dem Rhein ausgewaschen hat. Und das Zweite ist natürlich, man hat immer wieder römische Münzen und andere Gegenstände gefunden, die die Germanen bei ihren Raubzügen erbeutet haben. Und wenn sie dann über den Rhein übergesetzt haben, um wieder in ihre Heimat zurückzukommen, da wurden sie öfter auch von den römischen Patrouillenbooten gestellt, versenkt. Und mit ihnen ist natürlich auch das Gold dann im Rhein versenkt. Der berühmteste Fund eines solchen Raubgutes ist der Hortfund von Neupotz. Neupotz liegt zwischen Germersheim, Bruchsal und Karlsruhe, also in Rheinland-Pfalz. Und dieser Fund ist gewaltig. Über 1000 unterschiedliche Objekte, 700 Kilogramm Gesamtgewicht. Die Funde stammen aus dem Jahr 294 nach Christus und wurden von 1967 bis 1997 in einem Kieswerk gefunden. So nach und nach, also nicht auf einem Stück. Ja, Kies, Sediment eines Flusses. Das heißt, da, wo heute dieses Kieswerk bei Neupotz ist, da floss eben früher mal der Rhein. Wenn man diesen Hortfund sich heute anschauen will, dann muss man nach Berlin fahren, in das neue Museum. Kurz und gut, man weiß viel. Man weiß vor allem, dass es eigentlich wenig Sinn macht, nach Quellen und Schätzen zu suchen. Denn alles ist eine Sage. Das Nibelungenlied ist auch kein Nationalepos. Es ist keine wahre Geschichte. Aber es ist ein wunderschöner und spannender Text aus dem Mittelalter, dessen Lektüre ich nur empfehlen kann. Wenn ihr den ersten Teil der Geschichte noch nicht kennt oder das Video dazu noch einmal sehen wollt, dann klickt einfach hier. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal.